Der Führer täglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Das ist purer Wahnsinn! Der Führer täglichen Sinn für die Realität ist ein Haufen niederfrechtiger Treue unserer Feindling! Berlin-Franstadt! Es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Schade! Kann denn hier keiner Musik machen? Ja! 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 Die Mad Men hat nicht getan. Diese sind seine letzten Stunden. Und diese ist die Geschichte, die niemals wurde erzählt. Bruno Gahn's Downfall. Die Mad Men Die Mad Men Die Mad Men